Christian Drosten vom Star-Virologen zum Buhmann der Nation degradiert. Ganz vorne mit dabei die Bild-Zeitung, die einen medialen Angriff auf den Wissenschaftsbetrieb gestartet hat. Dabei ist es der Kern des Forschungsbetriebes, sich zu irren und sich zu korrigieren. Aber, und das ist der Punkt, am Ende entstehen belegte Erkenntnisse und die sind dann ziemlich unumstößlich. Da können dann die Bild oder Trump toben, wie sie wollen, die Erde dreht sich um die Sonne und auch was die Auswirkungen von Drostens Studio angeht, da irrt sich die Bild-Zeitung erwiesenermaßen gewaltig. Clixoom Science & Fiction, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Clixoom gibt es übrigens auch als Podcast, der Link zu Spotify und Apple Podcasts ist unten in der Videobeschreibung. Wieder einmal will die Bild-Zeitung einen Skandal aufgedeckt haben. Diesmal geht es um eine Studie des Virologen Christian Drosten. Diese sei, Zitat, grob falsch und der Experte habe damit, Zitat, komplett daneben gelegen. Inhaltlich ging es in den Untersuchungen von Christian Drosten und seinem Team um die Viruslast bei Kindern. Sind Kinder weniger gefährdet und ansteckend als andere Altersgruppen? Demnach kann es statistisch gesehen nicht ausgeschlossen werden, dass Kinder das Virus übertragen. Die Bild-Zeitung hat damit den vermeintlichen Schuldigen ausgemacht. Die Politik habe sich aufgrund Drostens Aussagen gegen eine zeitnahe und unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten ausgesprochen. Dazu heißt es in der Bild, fiel die deutsche Schulpolitik einer falschen Studie zum Opfer. Dafür hatte die Bild angeblich auch Zeugen. Vier Wissenschaftler, die vor allem die statistischen Methoden von Christian Drosten und seinem Team kritisieren. Und nicht nur das. Genau eine Stunde Zeit hatte die Bild-Redaktion dem Berliner Virologen dann gegeben, um zu den Vorwürfen aus der Bild-Redaktion Stellung zu nehmen. Der aber lässt sich nicht beeindrucken und twitterte. Interessant. Die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Der Bild-Artikel ging also raus und es dauerte nicht lange, bis sich die angeblichen Zeugen davon distanzierten. So unter anderem der US-Statistiker Jörg Steuhe, der dann erklärte, dass seine kritischen Äußerungen zu den statistischen Methoden keineswegs eine Manipulation von Daten unterstellt. Sogar Christian Drosten selbst hatte immer wieder betont, dass sein Forschungsteam Zitat grobe und einfache statistische Methoden angewandt hatte. Alle seine Schlussfolgerungen legt der Berliner Virologe ausführlich dar und die Vergangenheit zeigt, dass er bereit ist, diese zu ändern, wie übrigens die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn es Zeit dafür ist. Heißt also, sobald es neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt. Das zeigt, wie Wissenschaft funktioniert. Es gehört zu ihrem Kern immer weiter nach neuen Erkenntnissen zu suchen und diese Suche auch nicht aufzugeben und dabei immer weiter und tiefer in ein Thema, wie zum Beispiel auch beim Klimawandel, einzudringen. Dabei darf man eine Sache nicht vergessen, Forschende sind auch nur Menschen, sie irren sich und sie lernen dazu. Sie korrigieren sich und genau dafür sind die Preprint-Veröffentlichungen, um die es hier geht. Veröffentlichungen ist da auch eigentlich das falsche Wort. Sie werden auf die Preprint-Server gelegt, damit sie in der Wissenschafts-Community diskutiert werden und in Frage gestellt werden. Und dann werden sie auch geändert und manchmal werden die Kritiker und Kritikerinnen zu Mitautorinnen oder Autoren. Das ist alles andere als ein Problem. Das ist Wissenschaft, vor allem nicht in der aktuellen Situation. Das Phänomen Corona ist gerade einmal seit einem halben Jahr Thema für uns. Das Problem dabei ist die Reaktion der Politik und vieler Medien. Denn das muss man sich mal vorstellen, mittlerweile bekommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Morddrohungen, weil sie für die Corona-Maßnahmen verantwortlich gemacht werden, weil sie angeblich übertreibend, weil sie an einem Tag dies sagen und am nächsten Tag das. So ärgert sich beispielsweise FDP-Chef Christian Lindner über dieses Zitat hin und her. Ebenso NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der fast beleidigt wirkt, als er das hier sagt, Zitat, wenn alle paar Tage die Meinung geändert wird, ist das auch für Politik schwierig. Da haben zwei etwas nicht verstanden und eben auch die BILD-Zeitung. Denn neue Erkenntnisse aus der Forschung fallen nicht vom Himmel. Dem voran geht ein oft sehr langwieriger Prozess. Es finden Experimente statt oder es werden Studien gemacht, Untersuchungen oder manchmal wird auch einfach nur nachgedacht und hergeleitet. Und die daraus gewonnenen Erkenntnisse müssen interpretiert werden. Dann laufen weitere Untersuchungen, Überlegungen und so weiter, die diese Interpretationen wiederum hinterfragen und so neue Daten generiert werden. Extrem wichtig hier, hinterfragen. Es wird nicht nach Bestätigung gesucht, sondern nach Schwachpunkten, Fehlern. Diskussionen und auch hart geführte Diskussionen haben eine enorm große Bedeutung in der Wissenschaft. Und es ist völlig normal, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft neu veröffentlichte Studien kritisieren und damit Studienergebnisse infrage stellen. Genau das macht gute wissenschaftliche Praxis aus. Deshalb sind Studien dann, wenn sie veröffentlicht werden, qualitativ so hochwertig. Letztlich musste ich das erst einem Kollegen erklären. Leider Leiter eines großen bedeutenden Regionalfensters, eines Privatsenders. Er war Klimaskeptiker und forderte, dass diese ganzen Studien zum Klimawandel ja auch mal in Frage gestellt werden müssten. Ich musste ihm erstmal erklären, dass das ausnahmslos bei jeder Studie schon geschehen war. Genauso wie jetzt bei Drosten. Bei jeder. Und genau das ist das Prinzip von Wissenschaft. Es ist schade, dass das selbst gestandene Journalisten, wie jetzt auch Julian Reichelt von der BILD, offenbar gar nicht wissen. Und der Grund für dieses Vorgehen in der Wissenschaft ist ganz einfach. Nur wenn Ergebnisse reproduzierbar sind, gelten sie als allgemein anerkannt. Und das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Andere Forschungsteams arbeiten dafür mit denselben Methoden und Daten und müssen unter diesen Umständen dann zwingend auf dieselben Ergebnisse kommen. Sprich, erstens, Forschungsergebnisse sind immer, wenn sie überprüft und das am besten mehrfach, sehr verlässig. Das ist die Selbstkontrolle der Wissenschaft. Zweitens, wie sie dann zu interpretieren sind, das ist eine zweite Frage und braucht oft länger, bis hier eine Erkenntnis gewonnen wird und sich die Fachwelt einig ist. Bei Corona wird das noch dauern. Vor allem bei der Ansteckung durch Kinder. Vor allem wird das nicht eine einzelne Studie sein, sondern viele. Bei den Aerosolen ist es genauso gelaufen und jetzt sehen wir inzwischen klarer. Gerade hat noch eine aktuelle Untersuchung gezeigt, dass es ein äußerst kompliziertes Unterfangen ist, wissenschaftlich Konsens zu finden, also Übereinstimmung. Konkret hat ein internationales Forschungsteam das das größte Experiment seiner Art zum Thema gestartet. Die große Frage lautete, wie einig sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie auf der Basis ein und derselben Daten Schlüsse ziehen sollen. Dafür wurden insgesamt 70 Forschungsteams weltweit Hirnscans von 108 Versuchspersonen vorgelegt, die alle die Hirnaktivität der Probandinnen und Probanden bei bestimmten Entscheidungen zeigt. Die Fachleute sollten diese Daten mithilfe ihrer Standardmethoden analysieren und die vorgegebenen Hypothesen prüfen. Das Auswertungsteam bekam nach drei Monaten nicht nur die jeweiligen Ergebnisse für die neun verschiedenen Hypothesen zurück. Mit dabei waren auch Informationen darüber, wie die Kolleginnen und Kollegen bei der Analyse vorgegangen waren und zu welchen Zwischenergebnissen die Teams jeweils gekommen waren. Das Ergebnis war überraschend. Denn die verschiedenen Gruppen stimmten nicht nur hinsichtlich der aufbereiteten Daten weitestgehend überein. Denn auch die erzielten Zwischenergebnisse waren sich sehr ähnlich. Das liegt einfach daran, dass es bei Wissenschaft einen strengen, festgelegten, logischen Ablauf zur Überprüfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Und dieser komplett wertfreie, logische Weg erlaubt die Gewinnung von wirklichen Erkenntnissen, die die Wirklichkeit sehr gut darstellen. Anders dagegen bei den Schlussfolgerungen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ihren Auswertungen gezogen hatten. Bei fünf der insgesamt neun Hypothesen stimmten die Meinungen nicht überein. Nach Ansicht der Fachleute ist das darauf begründet, dass komplexe Ergebnisse auf einfache Ja-Nein-Entscheidungen reduziert werden müssen. Dazu Simon Eickhoff vom Forschungszentrum Jülich, der an der Studie beteiligt war. Dieses spezielle Problem der Analyse betrifft alle Bereiche, in denen mit hochkomplexen Daten gearbeitet wird, die am Ende auf ein nacktes Ja-Nein-Resultat reduziert werden müssen. Heißt also im Klartext, auch wenn es identische Ausgangsdaten gibt und eine festgelegte Fragestellung kommt es zu erheblichen Abweichungen bei der Interpretation der Daten. Das internationale Forschungsteam hält dazu als Ergebnis fest, dieser Prozess der Selbstreflexion und der kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Methoden ist einzigartig und zeichnet die Wissenschaft aus. Denn das ist die Folge, solange die Interpretationen so unterschiedlich sind, z.B. ob Kinder nun genauso ansteckend sind oder eben nicht, wird so lange geforscht, widerlegt und überprüft bis durch diesen Prozess und die Erfahrungen, die man z.B. mit der Anwendung der Forschungsergebnisse gemacht hat, zu einem Erfahrungsschatz führen, der nicht mehr viel Interpretationsspielraum lässt. Das heißt, bei der Ansteckung über Aerosole bei Covid-19 war das ein langer Weg, auf dem es immer mehr Studien gab, die sich eben zum Teil widersprachen. Inzwischen ist es bestätigt, dass Aerosole eine erhebliche Rolle spielen. Eine einzelne Studie hätte diese Erkenntnisse nicht bieten können, viele tun es aber am Ende. Fest steht, Christian Drosten macht vieles richtig. Er sorgt für Transparenz und versucht seine Erklärung anschaulich zu untermauern, um so Vertrauen in die Forschung zu schaffen. Doch klar ist auch, dass wir vor allem in Sachen Covid-19 noch ganz am Anfang eines langen Erkenntnisprozesses stehen. Erst galt die Erkrankung als reine Lungenkrankheit. Mittlerweile wissen wir, dass das Virus vor fast keinem Organ im menschlichen Körper Halt macht. Anfangs galten Kinder als weitgehend unempfindlich, dann gab es Indizen für seltene Komplikationen. Und auch was den Ursprung von SARS-CoV-2 angeht, stehen wir noch ganz am Anfang. Ebenso wenig wissen wir, wie der weitere Verlauf der Pandemie sein wird. Doch alles steht im krassen Gegensatz zu einem sehr starken öffentlichen Interesse. Und zwar an auch denjenigen Erkenntnissen, die die Wissenschafts-Community selbst als vorläufig bezeichnet. Und das ist ein relativ neues Phänomen. Denn noch vor 20 Jahren bekamen Öffentlichkeit und Medien erst nach einiger Zeit etwas von den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit. Schon damals natürlich diskutierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Arbeit. Auch über den sogenannten Peer-Review-Prozess, ein wichtiges Instrument in der Forschung. Hierbei wird eine Arbeit zur Veröffentlichung eingereicht, doch zuvor wird sie begutachtet und zwar von einer Auswahl an unabhängigen Expertinnen und Experten. An die breite Öffentlichkeit gelangten die Resultate dann meist erst ganz am Ende dieses langwierigen Prozesses. Das ist heute anders, denn die meisten Fachleute stellen ihre Ergebnisse und Daten online, sogar geplante Studiendesigns schaffen es ins Netz, Forschungsteams ermöglichen es damit ihren Kolleginnen und Kollegen, dass diese ausführlich und offen diskutiert werden können. Diese sogenannte Open Science, also offene Wissenschaft, ist einer der wichtigsten Fortschritte der Wissenschaft in diesem Jahrhundert. Kritik ist in diesem Bereich also völlig normal, ja sogar erwünscht. Nur was nicht erwünscht und sogar kontraproduktiv ist, diese Zwischenergebnisse zu veröffentlichen und den Eindruck zu erwecken, dass hier erstens ein Wissenschaftler die Wahrheit verkünden will und irgendeine Agenda hat und zum zweiten diese Zwischenergebnisse als Ergebnisse zu verkünden. Auch wir berichten hier über Preprints, aber wir sagen immer dazu, dass sie eben noch nicht peer-reviewed sind und deshalb noch nicht final sind und es eine Unsicherheit gibt. Bis vor wenigen Monaten hätten vermutlich auch nur einige Forscherinnen und Forscher die Arbeit von Christian Drosten zur Viruslast von Kindern entdeckt. Jetzt werden solche Studien eben aber auch direkt in den Medien diskutiert. Erst einmal spricht ja auch nichts dagegen. Doch hierbei muss eines ganz klar sein. Diese Ergebnisse sind vorläufig und von Seiten der Wissenschafts-Community nicht zur medialen Verbreitung gedacht. Jedenfalls nicht, um sie zu kritisieren, weil sie sind ja noch gar nicht fertig. Das machen dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an dieser Stelle. Und ehrlich gesagt haben wir Medien gar nicht die Kompetenz dazu. Also auch ich würde mir das never ever anmaßen. Doch die Corona-Pandemie setzt diese Regeln offenbar außer Kraft. Christian Drosten jedenfalls erklärt in seinem Podcast, dass er zusammen mit seinem Team ganz bewusst grobe statistische Methoden angewandt habe. Damit habe man erste Ansatzpunkte identifizieren wollen, wo man feinere Analytik einsetzen könne. Dennoch sei die Aussage seiner Arbeit klar, auch wenn er die Kritik der Statistiker nachvollziehen kann. Es gibt auch bei Kindern sehr hohe Viruslasten. Die Kritikpunkte haben aber für die medizinische Interpretation die Bedeutung der Daten keine Konsequenz. Durch den Input seiner Kolleginnen und Kollegen plane er nun, den statistischen Teil der Auswertung neu zu konzipieren. An dieser Stelle muss man eines festhalten. Der Wissenschaftler hat Mut, Fehler einzugestehen und hat in den vergangenen Monaten mehrmals bewiesen, dass er sich nicht so fein dafür ist, die Grenzen seines Wissens aufzuzeigen. Dennoch schreibt die BILD, Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. Liebe BILD, wie soll man das verstehen? Die Schulen und Kitas in Deutschland wurden bereits ab dem 16. März 2020 geschlossen. Die Arbeit von Christian Drosten und seinem Team wurde in einer Vorab-Version erst anderthalb Monate später, am 29. April 2020 veröffentlicht. Also wenn das kein Verschwörungsjournalismus ist. Diese Entwicklung verändern nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Politik. Beide Seiten können lernen. Vorpublikationen, die sich noch in dem Prozess der wissenschaftlichen Bewertung befinden, dürfen nicht als Grundlage für politische Entscheidungen herhalten. Forscherinnen und Forscher müssen mit Transparenz und Anschaulichkeit ihre Erklärungen untermauern und somit dazu beitragen, dass das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft nicht leidet. Christian Drosten, warum ihm die Politiker bei Corona vertrauen? Mit mega viel Infos noch zu Christian Drosten anklicken, anschauen und Doktor Wissenschaft abonnieren. Einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Bis dann! Bleibt dran!